Und Willkommen zurück zu euer KeksGelmer. Ja, lange habe ich mich nicht gemeldet. Ne, letzte Woche. Letzte Woche war die andere, sag mal, selbst erstellte Box. Und jetzt ist aber die originale Verlatsch der Welt wieder. Von welchem Monat ist es? Diesen Monat. Wir haben jetzt Februar. Machen die jetzt mal auf. Gucken mal, was sich hier verbirgt. Spanien? Wo ist das? Ich halte meine Klappe, das ist nicht Spanien. Okay, es ist nicht Spanien, es ist woanders. Ah, Beslilien. Brasilien. Genau. Oh, jetzt gibt es mal eine große Tüte. Hier haben wir irgendwelche Schweiss, Flitz, irgendwelche Würmer oder Schlips mit Käsegeschmuck. Oh, diese Box ist schon fast leer. Oh Gott. Ja, Brasilien. Was drin ist, gucken wir gleich. Das hat sie nicht gehört. Oh je, ist was noches Hartes. Okay, das sieht auch lecker aus. Wir werden jetzt nicht alles wieder aufmachen und probieren. Das war jetzt letzte Woche eine Ausnahme. Was haben wir hier? Ui, wenn er so genau so aussieht. Ui, das. Guter Schleick. Nicht nur. Okay. Für mich sieht es lecker aus. Ich hoffe, unterwegs oder so. Hier ist irgendwas, was hartes. Hier ist noch was hartes. Guck mal, ich kann es zaubern. Ja, ich habe gezaubert. Es kam von der Decke wieder runter. Das hart lassen wir mal da drinnen. Geht dein Weiß? Ja, mit Limette. Ich mag. Okay, ich bin gespannt. Oh je, ist was. Oh je, ist was. Oh je. Twitch? Twix. Das ist nicht Twitch. Das ist Taclo-Twitch-Latte. Chocolate. 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 Die sind so lang. Ah ne, sinds nicht so lang. Ja, egal. Die sind so lang. Die sind so lang. Jetzt noch was hartes. Ohhhh. Ohhhh. Die Kamera, die hält die Kamera nicht vor. Okay, bis Oro, bis extra Oro. Okay. Fiel schon unten. Interessante Sachen. Ja. Das groß lassen wir da drinnen. Gefühlt sind jetzt noch zwei Sachen. Oh, irgendwelche Kekse. Äh. Pass. Sieben, äh. Cook. Mix. Mit so verschiedenen Händen. Okay. Symbole. Jetzt kommt das irgendwie bekannt vor. Nein. So machen. Äh. Machen wir so. Ja so. Hä? Jetzt nehmen wir das Harte. Also Luca, wenn du dieses Video siehst, hier hast du was. Was ist das? Sieht mehr aus wie Bitterschokolade. Okay. Wie ihr seht, das Ding ist leer. So, jetzt keine Hause geht. Ähm. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz nach, ob erstmal alles drin ist, was hier auszunehmen sein soll. Dieses komische, äh, das ist einfach, leckere, knuspige Schokowaffen, äh, Waffen, Waffen, Le Wilsch. Direkt ins köstliche Vollmilchschokolade. Ne, Milchschokolade. Eindrinken, ein schokolischen Snack zu jeder Zeit. Ähm. So an ihm in Ordnung. Kennen wir ja von, bei uns ist es halt so mit Nutella. Genau. Dann haben wir noch dieses große, lange Teil hier. Das ist schokolige Kekse für groß und klein. Mit leckeren Schokoladenfüllung auf den Schokokeksen sind verschiedene Handzeichen für ein spielerliches Lernen von Gesten. Okay. KitKat Airpair. Ja, das ist... Wann ist das im Aufluss? Nein, das ist nicht Aufluss. Ach so. Das ist selbst erklärt, das ist halt KitKat mit Airpair-Geschmack. Dann das, diese große Tüte. Da haben wir einmal knusprige Halbrunde Maischlips mit leckeren Käsegeschmack. Die Halbrings Dickens Snakes sind perfekt, um auf die Couch und unterwegs geknabbert zu werden. Dann haben wir das, was sehr lecker aussieht. Und jetzt ist das hier. Knus... Ja. Ja, das ist das. Knuspige Schokowaffen umhüllt von leckeren knussigen Creme. Da wird jeder bis zu einem glücklichen Ende kommen. Oh. Bin ich gespannt. Oh, ist so viel, ey. Äh. Twitch... Klug... Äh. Das ist dieses... Mit dem... Ne, warte mal. Das ist aber was anderes. Guten Morgen Sherlock. Was ist das? Das sieht doch so klein aus da. Ach jo. Das ist Schoko... Schoko... Schokolade. Mehr geht fast nicht. Schokoladenkekse mit Schokoladen... Kramel... Und ganz... Und das ganz dann noch überzogen mit leckeren Mischschokolade. Okay. Äh. Dann haben wir das hier. Aber das ist selbst erklärt mit Limonade... Limon... Oreo... Oreo Teiche. Die leckere Konversion aus Biss und Oreo überzeugt jeden Gäumen. Küsse, Waffen und dem himmlischen Geschmack von Oreo. Überzeugt von weißer Schokolade. Mmmmm. Und dann haben wir noch dieses Ding. Das ist halt vielleicht fast das gleiche. Nur mit Erdpaar würde ich sagen. Äh. Blablabla. Künstliche Flocken mit roter Früchte. Roten Früchte. Und den leckenden Geschmack von weißer Schokolade. Perfekte Schneckgröße für zwischendurch und zum Genießen. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 Sachen. Äh. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9 Sachen. Okay. Es ist alles drin, was drin sein soll. Ui. Ich gucke euch das mal an. Das ist neu. Das war auf der anderen Karte. Heißt von uns, Germany, bis nach, da wo die herkommt. Heißt bis Baslinien. Brasilien. In ca. 12 Stunden Flugzeit. Das sind 10.929.047 Kilometer. Sag man das so? Ne. 10.929.074 Kilometer. Ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, haut mich bitte nicht. Habe ich das falsch ausgesprochen? Nein. Hehehe. Okay. Äh. Doch. Das sind 6000. 8000. 10.000. Guck mal. Das sind die 2... Lass mirs lieber. Genau. Äh. Das ist cool, dass das jetzt auf der Karte ist. Dass man so ungefähr weiß, wo es ist. Hier. Germany. Und jup. Da ist das Land. Okay. Ui. Jetzt war es der Vita. Ist noch nicht mehr lange ab. Bis dahin ist es schon mehr. Okay. Das war alles drinne, was ihr hier seht. Und ich würde mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Keks Gamer. Und tschüss.